Hi, ich bin Philipp Wampfler, ich bin Deutschlehrer aus Zürich und Dozent für Fachdidaktik Deutsch. Und zusammen mit Wanda Klee und Axel Kromer habe ich mir seit dem letzten Frühling ganz viele Gedanken zu hybridem Lernen gemacht und dann mit ganz vielen weiteren Autorinnen und Autoren ein Buch dazu geschrieben, das dokumentiert, welche Erfahrungen an Schulen in Deutschland gemacht worden sind. Im letzten Jahr während des Fernunterrichts und der Pandemiesituation und wir haben da Erkenntnisse festgehalten und ein paar davon möchte ich jetzt in den folgenden 20 Minuten hier präsentieren, ein paar Kernkonzepte vorstellen. Zuerst werde ich ganz kurz darüber sprechen, was hybrides Lernen oder hybrider Unterricht überhaupt bedeuten kann. Dann werde ich so eine Grundeinsicht präsentieren und zum Schluss Einsichten, Lessons Learned, so heisst auch der Titel meines Beitrags, die werde ich dann etwas ausführlicher präsentieren. Jetzt zu den verschiedenen Begriffsdefinitionen. Man hat einerseits einen Begriff, den es schon lange gibt, seit über 20 Jahren wird in der Fachliteratur von hybridem Lernen gesprochen. Wenn es darum geht, dass man digitale Lernformen mit präsentischem Lernen verbindet, dann meint hybrides Lernen, dass eigentlich beides vorkommt, dass es darum geht, wie in der Kombination besonders gute Lerneffekte entstehen können. Jetzt in der Pandemiesituation wurden aber auch andere Verständnisse plötzlich bemüht, sodass ich im letzten Herbst den Eindruck hatte, eigentlich ist gar nicht mehr so ganz klar, was dieses hybride Lernen eigentlich meint. Und ich habe dann vier verschiedene Verständnisse unterschieden. Zuerst ist es das Verständnis, dass man etwas überträgt. Also man geht davon aus, es gibt eine Präsenzveranstaltung. Ich bin jetzt hier vor Ort in meinem Büro. Ich nehme was auf und das übertrage ich jetzt zu Ihnen. Und theoretisch könnten jetzt hier auch Lernende anwesend sein oder Zuhörerinnen, die sich für das interessieren, was ich zu sagen habe. Und für die, die nicht hier sein können, wird etwas übertragen. Das wurde dann in Bezug auf Unterricht sehr schnell und auch sehr naiv, wie ich finde, eingefordert, dass man sagt, ja, dann übertrag doch einfach für die Schülerinnen, die in Quarantäne sind oder die im Wechselunterricht sind, dann übertrag doch einfach denen das, was im Präsenzunterricht abläuft. Und das geht erstens nicht, weil das verlustfrei gar nicht zu denken ist. Es ist technisch sehr anspruchsvoll. Das habe ich hier auch notiert bei einer kleinen Kritik. Es ist sehr unbefriedigend für die Lernenden, die zu Hause sind, die passiv folgen müssen, während die, die vor Ort sind, auch die Wahrnehmung der Lehrenden beeinflussen oder sie können diese Wahrnehmung abrufen, sie können sich melden, sie können Fragen stellen. Damit das wirklich gut funktioniert, bei gewissen Tagungen gibt es das schon, braucht es eine Moderation, die gleichzeitig am Laptop ist und auch da schaut, welche Fragen gibt es, die einen Chat betreut. All das kann nicht stattfinden, wenn eine Lehrperson vor einer Klasse steht. Dieses Modell geht ganz stark davon aus, dass Unterricht etwas Frontales ist, wo eine Person vorne erklärt und nutzt deshalb auch die Stärken der Online-Arbeit, wo es um Zusammenarbeit, wo es um Individualisierung gehen sollte. Diese Stärken können da gar nicht einfließen. Und es ist dann so die Vorstellung auch dieser unsäglichen YouTube-Videos, dass es da einfach jemanden gibt, der einem etwas erklärt und der Stoff, was der ist und was eigentlich die relevanten Fragen sind, das ist irgendwo festgelegt. Das muss man gar nicht mehr diskutieren, weil ich gehe jetzt einfach mal diese Mathe auf durch, weil die dann an der Prüfung kommt. Aber eigentlich geht Lernen viel, viel weiter, dass man sich überlegt, was ist überhaupt eine interessante Matheaufgabe, weshalb lohnt es sich, die zu lösen. Und all das kann in dem Modell gar nicht zur Sprache kommen. Das zweite Modell ist das des Wechselunterrichts, dass man sagt, es wechseln sich Präsenz- und Online-Phasen ab, was man aus praktischen Gründen sehr schnell eingeführt hat in vielen Bundesländern, um letztlich auch die Zahl der anwesenden Schülerinnen in einem Klassenzimmer drastisch reduzieren zu können. Das Modell ist aus meiner Sicht sehr reizvoll, wenn man gute didaktische Konzepte hat. Das heisst, wenn die Tätigkeit der Lernenden zu Hause eine völlig andere ist als die, die im Präsenzunterricht sind, wenn es dann mit Modell A zu einer Übertragungssituation kommt und man versucht dann zu Hause ohne die Anwesenheit im Klassenzimmer dasselbe zu tun, wie die Schülerinnen tun, die da sind, dann ist es für beide Seiten und für Lehrende nicht besonders befriedigend. Also der Versuch, den Online- und den Präsenzunterricht synchron zu halten, der muss scheitern und der führt zu einer starken Verkrampfung in diesem Zusammenhang. Dann ist es häufig auch etwas, was Lehrende stark belastet, dass sie merken, ich kann eigentlich gar nicht gut da sein für die Schülerinnen, die nicht hier sind. Warum? Weil ich natürlich denen, die im Präsenzunterricht sind, helfen muss, ihre Lernaufgaben zu bewältigen. Die Belastung wird nicht kleiner, wenn etwas weniger Schülerinnen und Schüler da sind, aber gleichzeitig gibt es eine zweite Aufgabe, nämlich die zu Hause zu betreuen. Und dieser Einwand kann schon entkräftet werden, wenn man gute didaktische Konzepte hat, wenn auch eine entsprechende Lernkultur da ist, aber nicht ganz einfach. Jetzt komme ich zur Tierdefinition, die eigentlich gemeint ist mit Hybrid-Lernen. Also das, was im Herbst passiert ist, war oft eine Mischung aus A oder B, dass man dann einfach statt Wechselunterricht oder Übertragung gesagt hat, Hybrid-Unterricht, obwohl das gar nicht Hybrid-Unterricht im eigentlichen Sinne ist. Dieser Hybrid-Unterricht, das deutet auch dieser Mixer an, ist eine Form von Blended Learning, das heisst so, dass sich Online-Lernen und Präsenzlernen so verbinden, dass man es eigentlich gar nicht mehr trennen kann, dass es selbstverständlich ist, dass ich in Präsenz-Settings auf Online-Lernumgebungen zugreifen kann, dass ich vielleicht auch, wenn ich in diesen Online-Lernumgebungen bin, in Formen von Präsenz möglich sind, beispielsweise über eine Videokonferenz, die spontan auch abgesprochen werden kann, durch Treffen in Gruppen, die ich einberufen kann. Also etwas, was vielleicht gar nicht für eine Pandemiesituation gedacht ist. So ist das Konzept nämlich auch entstanden. Es ist entstanden, weil es ein gutes, wirksames Lernmodell ist, nicht weil es hilft, eine Pandemie zu bewältigen in der Schule und entsprechend hat es auch gewisse Voraussetzungen, nämlich, dass SchülerInnen gut ausgestattet sind, dass es digitale Werkzeuge gibt, die eine Schule verwenden kann, dass es eine entsprechende Lernkultur gibt, die auf das ausgerichtet ist, dass es Online-Lernen, dass es etwas Wichtiges, etwas Sinnvolles ist und nicht einfach so etwas wie ein Zusatz für den ohnehin stattfindenden Präsenzunterricht. Und die Gestaltung der Präsenzphasen wird massiv verändert, wenn es diesen Hybrid-Unterricht in einem Blended Learning Setting gibt. Klassischerweise geht man davon aus, dass alle Instruktionen eigentlich ins Netz verlagert werden. Also SchülerInnen recherchieren selbstständig oder erhalten vielleicht kleine Lehrvideos. Aber im Präsenzunterricht gibt es keine Instruktionen mehr, sondern da gibt es Coaching, da gibt es Diskussionen, da gibt es Arbeit und Übungen. Und das verändert natürlich die Vorstellung von Unterricht und von Schule ganz, ganz stark, sodass man eigentlich sagen muss, es braucht gar nicht mehr so viel Präsenz. Man könnte dann auch ganz bewusst Präsenzphasen reduzieren zugunsten von hybriden Arbeitsphasen, von Blended-Arbeitsphasen, die vielleicht an einer Schule stattfinden, aber nicht im Sinne von klassischem Unterricht. Zuletzt muss man sagen, dass Hybrid-Unterricht oft ein Notfallwort gewesen ist, mit dem politisch Verantwortliche das, was da gelaufen ist, besser haben aussehen lassen, als es eigentlich ist. Also man hat dann, wenn man sagt, ja, wir haben jetzt ein Notfallkonzept, wir wursteln uns irgendwie durch, weil wir nicht wollen, dass die Schule ausfällt oder dass der Eindruck entsteht, es würde weniger Unterricht stattfinden und dann sagen wir dem irgendwie schlau und dann dieser Begriff war dann Hybrid-Unterricht. Es ist nicht verwerflich, Notfallkonzepte entwerfen zu müssen, wenn es eine Pandemie gibt. Das ist für alle von uns eine Situation, die wir seit über einem Jahr kennen. Wir können nicht so handeln und so leben, wie wir es gerne würden. Wir sind eingeschränkt und das betrifft Schulen ganz, ganz stark. Aber wir müssen das auch nicht beschönigen. Also wenn wir Notfallunterricht durchführen, dann sollten wir dem vielleicht auch Notfallunterricht sagen und nicht einen Begriff aus dem Hut zaubern, der dann da schöne Farbe drüber tüncht, die darunter ist, aber der Rost und ja, vielleicht das Abblättern der Holz immer noch zu sehen. Vielleicht muss man dazu, also der untere Punkt, den habe ich schon erwähnt und der obere Punkt ist vielleicht, dass man bei Konzepten etwas aufpassen muss, dass man nicht zu stark Entwicklungen auch dadurch hemmt, dass man lange an Konzepten arbeitet. Das ist gerade im Umgang mit Medien und mit der Finanzierung von Ausschattungen an Schulen in Deutschland die Vorstellung. Zuerst muss die Schule ein Konzept haben, bevor sie überhaupt Mittel abrufen darf. Das ist eine sehr problematische Vorstellung. Zuerst müsste die Schule diese Mittel abrufen können, um auszuprobieren, was funktioniert. Und das sollte sie dann transparent dokumentieren. Das wäre der richtige Weg. Also in der Zukunft und auch mit Vorstellungen von zeitgemässer Entwicklung von Organisationen geht es darum, Erfahrungen zu machen, die Erfahrungen zu dokumentieren, zu reflektieren und nicht zuerst in Konzepten einzuschränken, welche Erfahrungen überhaupt machbar sind oder gemacht werden sollen. Und eigentlich wie voraussehen zu müssen, wie die Umsetzung eines Konzeptes abläuft. Da kann ich Ihnen sagen, das kann niemand. Und es wird immer bei der Umsetzungsphase zu Problemen kommen, weil man sich bei der Konzeptharbeit gewisse Dinge halt nicht hat überlegen können. Deshalb sehr pointiert gesagt, wenn jemand ein Konzept schreibt zu einer anstehenden Veränderung, dann bedeutet das eigentlich in der Wahrheit, dass diese Veränderung gar nicht gewünscht ist. Weil wenn die Veränderung wirklich gewollt wäre, dann würde man sie anpacken und umsetzen und nicht erst ein Konzept schreiben. Damit komme ich zu dem kleinen Exkurs, was die Grundlage von Lernkultur ist, weil das dann auch für die Best Practice ein wichtiger Aspekt ist. Die Grundlage von Lernkultur ist noch Jörg Mouss-Meerholz, der das mal bei einem Besuch von Schülerinnen und Schülern festgehalten hat. Diese Grundlage ist Arbeit. Arbeiten ist das, was Schülerinnen und Schüler zu ihrer Tätigkeit sagen, wenn es eine gute Lernkultur ist. Sie sprechen über ihr Lernen und über ihre Aktivität, sodass sie sagen, wir haben daran gearbeitet oder wir möchten weiter arbeiten. Lehrende sagen dann, jetzt arbeitet weiter an diesen und diesen Aufgaben. Und das zeigt, dass niemand beschäftigt wird, sondern dass es eine sinnvolle Tätigkeit gibt, die vorangetrieben wird durch Lernaktivität, dass nicht, wenn jemand ein Arbeitsblatt ausfüllt oder eine Aufgabe löst, ihren Sinn man nicht sieht, dann sagt man selten dazu, dass es Arbeit ist, sondern findet man andere Begrifflichkeiten. Arbeit bedeutet, dass es so einen Sense of Purpose, wie man auf Englisch sagt, gibt. Das scheint mir hier ganz wichtig zu sein. Vier Merkmale dieses Arbeitsverständnisses. Erstens, es geht um asynchrone Prozesse, also so, woran ich arbeite, das muss nicht dasselbe sein, woran meine Nachbarinnen und Nachbarn arbeitet und wir müssen auch nicht unbedingt zur gleichen Zeit, im gleichen Raum daran arbeiten, sondern wir können uns lösen, wir können eigene Zeitpläne entwerfen und im eigenen Tempo diese Lernerfahrungen auch durchführen oder diese Arbeitsschritte durchführen. Zweitens führt Arbeit zu Lernprodukten. Ich arbeite nicht an etwas, ohne dass etwas entsteht dabei. Und diese Lernprodukte, das ist der Fokus dessen, was man in der Schule tut. Also man kann auch sagen, wenn die Lernkultur auf Arbeit basiert, dann kann man auch sagen, welche Lernprodukte Schülerinnen und Schüler herstellen. Und Lernprodukte müssen etwas mehr sein, als einfach ein Heft, das sie von einer Tafel abschreiben. Das muss etwas Eigenständiges sein, etwas, was für sie auch persönlich einen Wert hat, worauf sie stolz sind, wo sie zeigen können, was sie gelernt haben. Das ist so eine Grundeinsicht zu diesem Arbeiten. Drittens braucht Arbeit keine Bewertung. Wer arbeitet, zum Beispiel Lohnarbeit macht oder Care-Arbeit macht zu Hause, wird nicht benotet dafür, sondern zunächst einmal ist allen klar, also wenn ich für eine Familie koche, dann weiss ich, ob das der Familie geschmeckt hat. Ich kriege Feedback dazu, aber ich kriege keine Benotung, weil das gar nicht nötig ist. Und wenn jemand sagt, ja, ich finde jetzt das Essen, das war ein bisschen zu fettig, könntest du nächstes Mal ein bisschen weniger Olivenöl, das würde mir besser schmecken. Oder ich habe dann immer so Verdauungsprobleme, wenn das so fettig war, bitte koch das doch ein bisschen anders. Dann kann ich das Feedback auch berücksichtigen, ich kann es annehmen, ich kann damit umgehen. Und genauso ist das bei Arbeit gedacht. Ich gebe Hinweise, wie die Arbeit besser ablaufen könnte. Ich gebe als Lehrperson auch meine Einschätzung dieser Arbeit zurück. Ich weise auf problematische Aspekte hin, aber eine Bewertung ist gar nicht nötig. Es braucht ein Gespräch darüber. Und der letzte Punkt, Arbeit erfolgt postdigital. Das ist ein Wort, das etwas Konjunktur hat und das vielleicht nicht ganz verständlich ist. Postdigital heisst, Digitalität ist nicht im Vordergrund. Es wird nicht darüber gesprochen, dass man jetzt etwas mit digitalen Medien oder ohne digitalen Medien macht oder mit welchen Tools man etwas macht, sondern es ist einfach klar, du kannst Open Media arbeiten. Benutze all die Medien dazu, die du benutzen möchtest. Und es ist ganz klar, dass wenn jemand sagt, meine Arbeit besteht jetzt darin, ich möchte selber meinen eigenen Stuhl machen aus Holz, dann wird es dabei Arbeitsschritte geben, bei denen es sehr sinnvoll ist, digitale Medien zu benutzen. Und es wird andere geben, bei denen es völlig sinnlos ist, digitale Medien zu nutzen. Also wenn man da Lauge auftragen muss, auf das Holz oder so was, dann wird das nicht sein, wo man das Handy oder ein Tablet oder so was benutzen wird. Wenn man aber Designs durchführt und vielleicht den Stuhl erst mal zeichnet, dann wird das sicher sinnvoll sein, das auf einem Tablet mit einem digitalen Stift zu tun und nicht auf Papier mit Bleistift. Das heißt, dass die Frage, wie digitale Medien im Unterricht vorkommen, in den Hintergrund rückt und die Arbeitsprozesse im Vordergrund sind. Und dann letztlich einfach gute Bedingungen da sein müssen, damit diese Arbeitsprozesse wirksam ablaufen können. Jetzt, welche Einsichten habe ich und haben andere im letzten Jahr gesammelt? Aus den visierigen Überlegungen sollte klar geworden sein, wie wichtig Lernkultur in dieser Konzeption des hybriden Lernens ist. Zusammen mit Adriane Langella habe ich diese Darstellung, die man hier sieht, entwickelt, bei der zwei Dimensionen ausschlaggebend sind für das, was wir gelebte Wir-Kultur nennen, was für uns das Ideal einer Lernkultur ist. Dort geht es darum, gemeinsam an etwas zu arbeiten, worin alle auch einen Sinn erkennen. Es geht darum, gezielt Kompetenzen aufzubauen in solchen agilen Settings, wie ich sie jetzt beschrieben habe. Diese Wir-Kultur zeichnet sich dadurch aus, dass asynchron gearbeitet wird und dass viel Vertrauen und viel Selbststeuerung bei den Lernenden vorhanden ist. Das Gegenbild wäre die totale Kontrolle, wo kein Vertrauen vorhanden ist, sondern wo wirklich alles kontrolliert werden muss. Und damit das möglich ist, ist ein hoher Anteil an synchroner Lernformen möglich, damit Lehrende auch tatsächlich zuschauen können, wenn Lernende lernen, damit da keine Fehler passieren. Und von dieser Lernkultur müsste jetzt der Schritt bei guten hybriden Settings nach rechts oben gehen, also von links unten nach rechts oben in dieser Darstellung. Wie das gelingen könnte, dazu habe ich eine kleine Checkliste gemacht. Die Checkliste fragt, geht es eher darum, die Lernenden zu beschäftigen, also dass man so den Tag durchbringt oder eine Lektion oder eine Stunde, dass man sagen kann, ja jetzt haben die was gemacht, wir haben was durchgenommen. Oder geht es darum, wirklich an etwas zu arbeiten, wo auch diese Lernenden merken, das hat für mich eine Bedeutung. Ist das Ergebnis offen oder ist es festgelegt? Gibt es Freiräume, um diese Ergebnisse zu erreichen? Oder müssen die Lernenden überwacht werden? Kontrolle und Vertrauen habe ich schon erwähnt. Dann auch das Feedback ist bei der Arbeit schon vorgekommen. Also geht es darum, lernen die Lernenden, weil sie eine Note bekommen oder möchten sie gerne Feedback von kompetenten Personen auf ihre Arbeit bekommen, damit sie sich weiterentwickeln können. Geht es darum, Beteiligung und Partizipation zu erlauben oder sind Lernende eigentlich passiv? Ist es fast besser, wenn sie sehr passiv sind? Wie wichtig ist es, dass sie sich beteiligen können? Das ist dann in hybriden Settings auch der entscheidende Punkt. Also wenn ich eine Lehrveranstaltung so anbiete oder eine Stunde, dass zu Hause man die Kamera und das Mikro ausmachen kann und irgendwie geht die Stunde auch vorbei, wenn ich nichts sage, wenn ich nichts tue, es geht auch ohne mich, dann ist das ein Erlebnis für die Lernenden, das sich einbrennt und das ist auch ein gefährliches Erlebnis in einer Präsenzstunde, wenn nicht das, was Lernende tun, einen Einfluss darauf hat, wie die Stunde verläuft. Also nehmen Sie diese vorgefertigten Tafelbilder, das ist etwas ganz, ganz Schreckliches didaktisch, wo dann eine Lehrperson eigentlich das, was in einem Ordner steht, in einem Heft steht, irgendwie auf die Tafel zeichnet und das, was die Klasse dabei tut, was sie diskutiert, das spielt gar keine Rolle, weil er schon feststeht, wie das Tafelbild aussehen muss. Das Gegenteil wäre hier wichtig, es wäre wichtig, dass die Lernenden selbst an die Tafel schreiben und am Schluss das dasteht, was Sie denken. Das wäre in einem hybriden Setting das, was gut funktioniert. McKendis und Lipanowitz haben mit ihrem Konzept der Liberating Structures das auf den Punkt gebracht, worum es hier geht. Das, was ich jetzt erklärt habe, kann man hier gut zeigen. Es geht eigentlich darum, dass die Verantwortung für die Inhalte, das ist die vertikale Dimension und die Verantwortung für die Methoden und Handlungen, die horizontale, Entschuldigung, das ist jetzt die vertikale, das andere war die horizontale Dimension, dass diese Verantwortung auf möglichst vielen Schultern verteilt wird, also eigentlich auf der ganzen Lerngruppe. Das ist dann dieser lila Punkt oben rechts wiederum. Und das, was ich jetzt mache, einfach zu Ihnen sprechen über ein Video, das wäre unten links und davon müsste man in guten Unterrichtssequenzen wegkommen, hin dazu, dass auch Verantwortung da ist. Man spricht bei verantwortungsgemässen Unterrichtsgesprächen von Accountable Talk, also müsste es eigentlich so etwas wie Accountable Learning sein, dass die Lernenden auch wirklich verantwortlich sind für das, was geschieht, für die Inhalte des Lernens und für die Methoden des Lernens. Ein Beispiel, wie das geschieht, ist bei diesen Liberating Structures werden Strukturen vorgegeben, also ich gebe beispielsweise ein Problem und dann können alle eine Minute über das Problem nachdenken, sich zwei Minuten dazu austauschen, zu viert einen Vorschlag für eine Lösung erarbeiten und diesen Vorschlag dann der Klasse vorstellen oder der Lerngruppe. Das ist one, two, four, all. Manchmal sagt man auch think alleine, also denken, pair, zu zweit austauschen und dann share in einer Gruppe oder im ganzen Plenum mitteilen, was man diskutiert hat. Und hier ist klar, dass die Lernenden ganz stark beteiligt sind, hier an der Methode vielleicht nicht besonders, aber sie sind dann beteiligt an dem, was dann später diskutiert wird in der Stunde. Und wenn man jetzt ein Tafelbild zu so einer One-to-four-all-Stunde gestalten würde, dann ist klar, ich kann keinen Satz vorhersehen, der dann kommt, sondern das kommt alles von den Lernenden. Das kann man dann mit agiler Didaktik so verbinden, dass man sagt, agile Didaktik, das bedeutet, dass ich Methoden immer wieder erprobe, neue finde, auf die Voraussetzungen der Lernenden, der Situation abstimme. Und wenn ich so in hybride Lernsituationen gehe, dann kann ich zusammen mit Lerngruppen herausfinden, was funktioniert, wo ich Lernerfolge erzielen kann mit einer Gruppe, was problematisch ist, was das Lernen stört, behindert. Und weil ich immer dabei bin, Methoden zu entwickeln und über die Methoden, die ich einsetze, nachzudenken, ist es ganz automatisch, dass da was Gutes entsteht und was in der Situation gemäss ist. Dafür braucht es aber auch die Bereitschaft, Lehrmittel so herzustellen, dass sie in einer Situation sehr schnell entstehen können. Also wenn ich mit einer Lerngruppe darüber nachdenke, was ihre Bedürfnisse sind, dann könnte es sein, dass sie sagen, ja, wir hätten jetzt gerne nochmal ein kurzes Video, in dem sie uns zeigen, wie man die und die Aufgaben löst. Und da muss ich quick and dirty, das heisst, ich muss innerhalb von 15 Minuten so ein Video herstellen können und kann dann natürlich nicht höchste Perfektion von mir erwarten. Ich kann nicht Hochglanzprodukte abliefern, sondern ich liefere etwas ab, was für die 30 Menschen, die jetzt gerade bei der Aufgabe anstehen, was für die hilfreich ist und danach dann wieder vergessen werden kann. Also Lehrmittel müssen nicht für die Ewigkeit gemacht werden, sondern es sind mehr Dokumentationen dessen, was gelaufen ist. Entsprechend werden wir auch von Lehrbüchern wegkommen müssen in diesem hybriden Unterricht. Wir können nicht erwarten, dass die Lehrmittelverlage uns diese Lektionen vorstrukturieren, dass sie inhaltliche Vorgaben machen, sondern die Methoden und die Aneignung von Inhalten, das muss man Lernenden überlassen. Ich komme zu den letzten Überlegungen zum Hybridunterricht, dass es so Voraussetzungen gibt, und zwar, dass Schulen über Geräte und Lernmanagementsysteme verfügen. Das muss man immer wieder sagen. Das sollte selbstverständlich sein, aber ist es natürlich heute nicht. Und wenn man dann in so Notfallsituationen kommt, wenn man wie sagt, das geht jetzt bei uns noch nicht, weil Software oder Hardware fehlt, dann muss man sich auch nicht den Kopf machen, weil das völlig selbstverständlich ist, dass es nur geht, wenn die Voraussetzungen da sind. Es braucht klare Erwartungen und Rollen für die Lernenden, für die Lehrenden, dass man auch klar macht, was von Lernenden erwartet wird, dass sie Verantwortung übernehmen, dass sie aktiv sind. Das muss geklärt sein, das kann man nicht, während man diesen Unterricht gestaltet, dann plötzlich einfordern, wenn das vorher nicht so war. Man muss an Lernende und Lernende denken, an Lernende denken und sich überlegen, wie sieht ihr Tag, wie sieht ihre Woche aus, was sind Aktivitäten, die für sie passen, die ihren Bedürfnissen entsprechen und gleichzeitig dafür Lernende, das was sie machen müssen, keine Überforderung sein. Es kann nicht sein, dass sie immer mehr, mehr, mehr machen müssen, wenn sie schon mit dem, was sie im Moment machen müssen, nicht zurechtkommen. Also hier muss man an beide Seiten des Unterrichts oder Unterricht von allen Seiten her reflektieren und denken. Hybrides Lernen sollte zur Lernkultur einer Schule passen und sollte letztlich Online- und Präsenzphasen auf eine geeignete Art und Weise verbinden. Das wären Minimalstandards für mich von der technischen Seite her. Man braucht einen Chat, man braucht Etherpads, das sind Textverarbeitungsdokumente, die man gemeinsam bearbeiten kann, braucht eine kollaborative Dateiablage, im besten Fall ist das eine Office-Umgebung, damit meine ich jetzt nicht bestimmte Hersteller, sondern ich meine ein Paket, wo Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, auch Zusammenarbeitstools vorhanden sind. Meine Empfehlung hier ist CryptPad, das ist ein offenes, kostenloses Tool, das man mit Lerngruppen sehr gut einsetzen kann und ein Videokonferenz-Tool, mit dem man sich auch treffen kann, wenn das in dieser Wir-Kultur, die wir anstreben, wenn das da nötig ist und sinnvoll ist, dass es möglich ist technisch. Ich danke Ihnen fürs Zusehen, fürs Zuschauen, fürs Mitdenken. Sie finden mich im Netz unter phwampfler und ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Tag.